Nicht alles ist vergangen und so singen wir unser Lied. Ein Lied für all die, die's am meisten brauchen. Die Wächter der Schwachen, sie leben. Die Nightrunner, es gibt sie noch. Und jetzt sing ich noch eine siebte Strophe. Denn neulich wollte ich einkaufen gehen. Ich nahm mir also einen Einkaufswagen. Ich wollt' aber nicht in der Schlange stehen. Drum ging ich zum Pennymarkt hinüber. Und ging dann mit dem Wagen rein. Ein Nightrunner stand einer Einkaufstüre. Er schaute mich an und sagte nein. Also ging ich zum Tengelmann. So hieß der früher, doch wurd' unbenannt. A und P gibt es inzwischen ja auch nicht mehr. Wo nehm' ich jetzt den Supermarkt her? Also ging ich zum Karstadt, ups, zu früh. Der ist auch pleite seit neulich mal. Den Horden, der hat auch dichtgemacht. Inzwischen ist es 18 Uhr, bald wird es Nacht. Na ja, dann geh' ich morgen los. Da ist dann sicher die Freude auch da. Denn morgen geht's zur besten Auswahl. Mit dem Einkaufswagen nach Edeka. Das war schön. Das war sehr schön. Der Text war... Der Text... Also ich fand das mit dem Gesang echt schön. Ich wollt' mich jetzt vielleicht ein bisschen drüber lustig machen. Ja? Aber der Text war so eins zu eins, so in your face übersetzt gerade. Das war so komisch.